LOL, haben wir vergessen Musik-Channels zu machen. Hätte man die da rein machen können, mach ich gleich. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Mal sehen wie weit ich komme ohne Bauern. Hä? Der ist oben. Der ist unten. Ab Geburtstag heute Bruder. Ach, Happy Birthday. Wie jung bist du geworden? Alles Gute. Leben lang und in Gesundheit. Was war das denn für ein Sound? Was führt dein Sound? Alane Läuft er Läuft er mit drei Snipern rum Was hat der? Zweifach Sieht 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr hattet auch ein Motorrad Regal. Das war's für heute. 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 Und hier die neusten Nachrichten. Du bist ne Null. Nein. Das ist keine Null. 0,1 gerade. Oh. Geschenk. Ja. Ja. Hm. Dann machen wir so. Machen wir so. Das war's für heute. Oh 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 oh. War die schon gelootet? Hab ich nicht gecheckt. Ja, ne? Äh, aber der hatte doch nichts. So ein Scheiß. Egal, komm, weiterfahren. Da. Ich bin tot. Gute Nacht, Don. War nett. Ah. Äh. Ach komm, Gold schaff ich aber. Genau, was wollte ich machen? Musik-Channel. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist jetzt aber woanders. Mal ein bisschen Action. Mal ein bisschen. Klassik. Natürlich hast du direkt eine Rage-Road-Film gefunden. Ungewöhnlich auch noch. Junge. 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 Was ist das? muss man gleich shop abchecken habe ich auch noch nicht gemacht und im Ich hab's nicht so mit dem Elm heute. Das wird nix, das wird nix. Das wird nix, das wird nix. Das wird nix, das wird nix. Was war das denn jetzt? Ohne Scheiß, fuck mich einfach ab, man. Der starrt mich noch ne Stunde an und dann drückt er mir einfach nen Headdy oder was? Instant tot. Scheiß Ninja Turtle. Ich hab euch noch nie gemocht. Ich hab euch noch nie gemocht. Ne, ich bin ein bisschen müde, ja. Never gewappt, ich hol mir Gold. Bis 4 Uhr mach ich Battle Royale und danach chill ich im Fortnite Lego. Ich hab euch noch nie gemocht. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich das schon wieder sehe hier Was ist das für ein scheiß ekelhafter Spot? Hier ist ja gar nichts 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 Der Wahnsinn was ich hier mache Komm noch 12% Nein ich hole mir Gold und das spiele ich Normals Da sieht es dann wieder anders aus Das war normal nachts so ein bisschen ekelhaft sowieso So Wie läuft es bei dir mit deinem Zwergenspiel? Kapi Kapi Ich denke mal noch ein Football Manager Ach was Ich denke mal noch ein bisschen Was ist das? Das ist schon wieder jemand im Greifwagen unterwegs. Was ist das? 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 Not Mario 9, ich bin dein? Was ist das? Not? Was ist das? 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 Ich muss jetzt trotzdem hoch. Alli, WB, alles gut, hast absolut gar nichts verpasst, ich werde gemobbt, ich werde von allen Seiten gemobbt heute, und ich hoffe es hat gemundet. Ach, vor den ganzen Randoms, ich bin so scheiß heute. Aber ein Lego, ein Lego gleich kann mir ja nichts passieren, oder? Ähm, nein. Siehst du, solche Sachen, solche Sachen, solche Standardsituationen, Alter, wie ich, wie... Das kann es halt einfach nicht sein, was soll ich denn meiner Mama erzählen, wenn sie mich morgen fragt, wie Dingens war, wie Fortnite war. Ja, ich versuch's, ich bin richtig schmerzt heute. Aber auch wieder nur scheiße, mag die Nemesis nicht, die ist viel zu lahm. Ach, erstmal den Boss killen, ne? Oder ist das schon auf? Oh, das ist ja schon auf. Ne, ist nicht auf. Kochen kann ich? Oh. Nice. Nice. Ich mag es auch zu kochen, bin Hobbykoch. Oh. Oh. Ey, ich werd wahnsinnig. Oh. Oh. Oh, Don, bitte mach doch keinen Scheiß jetzt. Lad doch deine Waffen nach. Ragazzi. Ich brauch heut'n bisschen länger. das damit nehmen auch warte naja egal Bella Donner gefällt mir, Bella kann ich nicht benutzen Ohr Geschichte aber ich mag das Wort generell Ragazzi Wo ist denn jetzt die Trulla Ach nicht hier oder Das war's für heute. Ich schau mir gerne Videos von Luigi an, dem Pizzabäcker aus Österreich. So war er aus der Schweiz. Jedenfalls sagt er fast in jedem dritten, vierten Wort Ragazzi. Sehr sympathischer Mann. Ja, das passt. Ja, was? Hab ich noch Zeit? Zweier. Bruder muss los. Ich will eigentlich noch Gold mitnehmen. Ja, ich weiß, was das Jungs bedeutet. Ragazza, 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 ist aber auch geil. Ragazza. So, schon gut ausgerüstet. Es passt einfach alles gerade, alles perfekt. Boah, eben des Todes. Wart nach. Was ist denn bei der los? Jimmy ist auf Feuer. Jawohl. Ich bin schlecht, du bist schlechter. Ich wieder auch Basiskurse meiner Muttersprache an, falls Interesse besteht. Oh. Ich muss mir mal wieder links runterladen. Ja, ist das Duolingo, ne? Da hab ich immer so ein bisschen Polnisch gelernt. Man sieht, eine sehr coole App. Oh, mein Gott. Dzień dobry, you know. Oh, mein Gott. Duże, duże. Duże. Duże, duże. Duże. Was ist das hier eigentlich? Ich werde haben was. 4 passt. Kein bock mehr. Kein bock mehr. Einfach lego rein und chillen. Bis zum nächsten Mal.